Zum Beispiel ein Ausflug nach Felixdorf. Dort wohnt nämlich Ramona Zurin. Hier ist ihr Clip. Grüßt euch. Ihr seht, wir können noch nicht so gut rollen, das Blitz fahren, aber jetzt gehen wir halt heim. Jetzt sind wir bei uns zu Hause. Ja, und das sind meine Hunde. Denk doch auch mal an mich. Nimm dir wieder ein... Hallo! Hallo, Moni! Ja, siehst du, wir sind gerade beim Proben. Wir müssen das Lied heute auf die Nacht beieinander haben. Schule, das ist einfach gut in der Schule. Die Feste. Also ich gehe eigentlich nicht so gerne, aber es geht schon. Jetzt schwärmt es wieder vor einer Schildkröte, aber wir haben schon alles gehabt. Pferd und Schlange. Der größte Wunsch ist auch Schlagzeug. Schlagzeug, ja. Ja, eigentlich, dass ich ein Pferd kriege, aber... Das kostet zu viel und... Meine Schwester ist ganz lieb, aber ich sing halt ein Lied über böse Geschwister. Also wünscht mir viel Glück. Ja, mittlerweile wissen wir ja, dass es nicht wirklich so ist, aber in der Kille-Version von Bow Down Mister hat sie nun endlich ausgiebig Gelegenheit, sich so richtig zu beschweren. Ramona mit Geschwister. Hört mal zu, damit ihr wisst, wie gemein das Leben ist. Wenn du daheim die Jüngste bist. Leider, leider, leider. Leider, leider. Bei der Mode fängt es an. Ein jeder kriegt was Neues dann. Drehen sie dir das heute an. Leider, leider, leider. Ja, so ist das mit den größeren Geschwistern. Ja, so ist das. Findet ihr das fair? Läuft ein toller Film um 10, darf ihn meine Schwester sehen, aber ich muss schlafen gehen. Leider, leider, leider. Taschendel für jeden ein, neuer 100-Chilling-Schein. Ich treff nur drei Zähne ein, leider, leider, leider. Ja, so ist das mit den größeren Geschwistern. Ja, so ist das. Findet ihr das fair? Nacht vor dem Gymnasium. Mein Bruder mit nem Mädchen rum. Heißt es gerne, dreh dich um. Leider, leider, leider. Immer wenn es spannend wird. Ja, dann werd ich garantiert ins Kinderzimmer abserviert. Leider, leider, leider. Ja, so ist das mit den größeren Geschwistern. Ja, so ist das. Findet ihr das fair? Ja, so ist das mit den größeren Geschwistern. Ja, so ist das. Findet ihr das fair? Findet ihr das fair? Ja, so ist das mit den größeren Geschwistern. 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 Ja, so ist das. Findet ihr das fair? Ja, so ist das mit den größeren Geschwistern. Ja, so ist das. Findet ihr das fair? Zum Beispiel. Ja, so ist das im größeren Geschwistern. gesehen haben. Bitte recht hast du, kannst du haben.